hallo und herzlich willkommen zu tdt hier auf der jacht mit dabei ist die navocca hallo der johannihashtag besser fragezeichen der cyberbot der niklas der ist gemütet der ist gemütet der mr wanva guten abend und zu guter letzt der reaper begrüßet sich das echse don't fear the reaper ohne schweiß ohne schiss ohne schiss vom reaper was ist mit schlechten witzen du bist nicht gemeint du darfst jetzt nicht anfangen was sieht ja aus wie bei mir zu hause das ist der zentraubkracken mimi 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 posi genau wenn ich übrigens gleich weg wenn er das ist wie party ja da steht unten ich hab doch gesagt dass die hier auch die mutter ist ich denke ich habe schon weiter was der erlaubnis der trader bist in der platine fraus und ich warne ich war nie mal ja ich habe wieder getötet also du hast du hast das ding so nahe vor mir hochgeworfen jetzt ein panasonic fernseher ach so er will sie bei den live haben ich ja wer ist der andere lege gerade von niklas rumtanzt ich ja bitte bitte eine ab danke so eine klasse ja ja also wird sich abstechen ich habe keinen schaden ich zieh die ganze zeit auf seinen kopf weg die mp5 das wäre ein bisschen logisch ich muss das ganze neu anfangen war das mp5 ja ich habe eine mp7 aber es war fast eine 5 ja mal bedenken die gestrayed auch auf bis dann war das ein fast orgasmus wegen der waffe oder ja weil ich diese mp7 einfach liebe ah ok interessant ich habe ein sexuelles verhältnis zwischen ihm und dieser waffe ja die sachen die da immer rauskommen die benutze ich ja ok jetzt ist es aber nur die benutzen ja letzte runde warst du traiter mit mir zusammen und wir haben verloren weil du afk warst ja gut verkackt ja 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 du machst dich hier echt zum obst der woche weißt du wow obst der woche yeah ist das ein guter titel du guckst du willst RTL 2 oder war das noch eins oder was das war RTL 2 wow ich stob bin es selber johannihashtag besser ja fangst du meine andere ja komm mal mit ja komm ich hör dir mal diese PC's an hier sind echt waaah richtig ekelhaft richtig ekelhaft richtig ekelhaft alles Apple Geräte ich will mal nix mit anfangen ja ich hab's ja schon mal das ist mit Bernd von der Sossen gut gemacht hier ist unten wenn er Dete herkommen möchte kann ich sprayen ich feier einfach dieses ich bin T Dings Werbung Ende ich hab mein Bild drauf gesprüht um es zu markieren hier unten ich mach ich mach nen Weg besser als wenn du dahin gepinkelt hättest hallo glänzt so schön was glänzt was glänzt wo hast du die ah hier ich würd mal sagen die Trader müssten sich mal beeilen oder wieso mhm also hätten die nicht noch über vier vier Minuten oder so ey der Trader würde die jetzt aufnehmen oder ja könnte er ja ich hab was in der Nase ne oh ja es ist Schleim das interessiert uns das ist die Tod und Bretten wann war ja ja man muss ja das man muss ja das Let's Play aufwerten ja 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 sicherlich ja sicherlich ey hier ist Moni huch weg ist Navu ne dann haben wir ein Problem hier wer ist Rumen ja Exe Exe save mir Navo save mir what Navo oder Exe warte noch warte noch wie sagst du jetzt mich erschossen das hätte auch Navo sein können nein weil du auf sie geschossen hast mich drüber gegangen hast geschossen zuvor sie hat auch auf mich geschossen ich wusste dass du es du bist wo du mit so zu schießen wo liegt denn der warte warte mach mal Cole Däte Navo bei der Bärenfalle wo du nicht hinkommst ja hm ich bin kontrolablich hab ihn erschossen ja Navo ist auch kontrolablich die ist erstens was tot und zweitens wurde sie angeballert übrigens ist Reaper tot ja ja seht wir was ist irgendjemanden interessiert da ist noch jemand gestorben da ist noch jemand gestorben nein die ist confirmed nein die ist confirmed ich wurde misshandelt und hier vorne real life stories hi Niklas da ist die Bärenfalle die keiner einsammelt kann ja aber der kann doch jetzt drüber laufen ja kannst du weil ich sie zusammengedings hab also ich schätze wann willst weil er nicht die ganze nicht da ist ja aber oder Niklas springen würde ich ja zu euch kommen äh nein gleich kommt Deathnode gleich kommt Deathnode du bist sehr unbeeindruckt davon dass ich dich ne der Flut wäre doch relativ ungeschickt jetzt ich habe ja auch ne Waffe finde ich wow Stimme ausgerechnet als sagt Johanni das war nicht los ich hab den abgeknallt ich glaub ich darf mit dem alles machen ja was machst du da ich guck mir dieses spektakel hier an ach da oh gottes willen da liegt dir die Bärenfalle ja ich hab sie massiert oh wow ach jetzt verstehe ich das du meinst ah ja gut das ist natürlich ok eigentlich hab ich sie ah wow wow gut gut also wann war die ich weiß ja nicht so ne was hast du gedacht dass sie sich da hinstellt und die Bärenfalle anwinkelt oder was ja wer weiß kommt im Kino und sowas oh Cyber Cyber es hätt dir wirklich auch Navo mich noch schießen können nein nein weil du bist reingegangen und hattest der Ding sofort Schüsse los das war sofort klar dass du Zebis für mich und wenn du reingehst und gleich du schießt nach vorne bist du Zebis oh Mann du was du standst ja nicht daneben ist ja doch Navo anfangen können es war trotzdem konfermt Exe ja gut ich hab ja nichts dagegen gesagt aber pew pew aber ich seh ach ist jemand schon tot oh hier ist ein Schocktrel in der Preparing äh dramatisch äh ne warte hier ne hier sitz ich wann war wo bist du ich sitz hier vorm Laptop mit meinem Tee und meiner Zigarre also bist du Traitor er ist Tee er ist Tee warte mal du bist Traitor ja ja ich bin Traitor ja du hast Schwarz Tee deswegen ja ich weiß gar nicht es könnte Schwarz Tee sein aber da ist Milch drin das erkennt man dann nicht mehr oder Hagebuttentee das heißt ne Hagebuttentee ist so ekelhaft weil er ist drin geht gar nicht ich weiß aber nicht wo du mit deinem Laptop sitzt ja in an der Spitze des Schiffes beim Panasonic Fenster Hallo Joanie der wei ich doch gerade das bezweifle ich jetzt bin ich verwirrt da habe ich versucht hier unten zu zweifeln mit meinem Laptop willst du diese Waffe haben? ich habe eine Shotgun aber du wolltest doch eine MP5 nein eine MP7 eine MP5 ist so okay töte damit lieber den Traitor auf OK wow Reaper wow wow Niklas ich wollte eigentlich auf die Kante springen also auf das zweite Geländer ach ich habe schon vor den Moni ich wundere mich jetzt gar kaum ich habe keine Dinge oh wow ok so ist das auch gut da kannst du denn ach so das hoch ist die Tür ja die Tür ja die Tür ich habe die Tür aufgemacht ja ok ja ich auch mal die Tür geht zu schnell wieder zu sag man doch wenigstens das kann man sogar sagen wenn man tot ist machen ne ich war ja tot so tue ja nicht mehr ja eben das aber das kannst du ja auch sagen das hier auch verpackt ist hä das ist ja auch mit dem mal verpackt oder? diese scheiß Tür ey gerade Tee weißt du und dann bock tot oh man man kann doch da reingehen oder nicht? aber die Tür war verpackt wenn man schnell genug ist kommt man rein aber die ist halt sehr sehr schnell beim schließen wieder und dann klemmt sie einen ein das habe ich schon sehr oft erfahren ganz unten was bin ich denn? ich bin neuerlach in den Trailerraum und da hatte ich bisher keine Probleme ich will holen wieder rein lol was denn? paar meine kurzen diesen Zwischenraum zu dem Spitze von äh hallo exzessierst du mich? exzessierst du mich? was ich lol im Kasten ich komm da raus ich komm da raus RIP on 9 nein nein Ich bin ein Reaper, ne? War witzig. Niklas, hast du jemanden umgebracht? Nein. Aber ich hab hier gerade jemanden gehört, der gestorben ist. Okay, ich glaube Reaper ist es. Waren wir. Okay. Und warum? Weil er von einem Fahrstuhl kam, wo sehr viel Blut war. Und seine Waffe könnte geschossen haben, von den Geräuschen her. Der Fahrstuhl viel Blut, aber warum habt ihr dann nicht mal unten geguckt? Ob da irgendwas... Ich war unten und aber... Die waren auf dem Fahrstuhl. Ja, und der Fahrstuhl frisst doch Leichen. Okay, dann habe ich jetzt mal Reaper als Suspekt gesetzt in meiner Liste. Wow, das ist sort of. Aber ich kann ihn halt noch nicht töten. Leg den nicht mit mir an. Leg den nicht mit Narvo. Er wehrt sich nicht. Ja. Er schießt. Kann ja. Ach, Niklas schießt. Auf die Decke mit Narvo zusammen. Ah, okay. Ah, hier ist echt viel Blut. Mach mal weiter, dann finde ich das Ding vielleicht. Was? Der Fahrstuhl. Ach, hier. Ach so, das ist ein Fahrstuhl. Ja. Das ist ein Fahrstuhl. Und ich habe mich schon... So, wann war das ein Fahrstuhl? Fahrstuhl. Ja, und ich habe mich schon gefragt, wofür ist dieser Erka hier, ne? Weißt du? Wow. Immer diese Fachausdrücke. Schrecklich. Die keiner außer ihm selbst kennt. Erka? Erka kennt er doch. Ja, Chemie-Studenten halt. Ja, das stimmt. Muss nicht vergessen, er studiert auch Biologie. Echt jetzt? Ja. Ja. Nicht nur Chemie. Aber das mag ich. Ja, das geht nicht mehr, Niklas. Der Fahrstuhl ist schon abgefahren. Dann kannst du mir erzählen, was auch dazukommt. Sag mal, ich denke ja, Reaper ist im Trainraum. Weil gesehen hat sich bisher seitdem keiner mehr, oder? Da ist jemand gestorben. Einmal kurz, glaube ich, gesehen, aber... Ach so, in einer Woche. Ja. Warte mal, warte mal. Reaper hat einen Minusscore? Yo. Hä? Ey, das ist ja eh keine Gefahr. Nu. Hahahaha. 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 Das ist ungesund zu sagen. Der guckt bei mir, ob er hier die größte Gefahr ist. Laut deiner Definition bin ich ja dann die größte Gefahr. Ja, für dich. Kann man uns das sagen. Du bist die drittgrößte Gefahr, wo du Detective bist. Ja, ja. Wäre ich die größte, müsste ich Leute töten. Echse ist die größte Gefahr, das heißt, wir schießen müssen. Hallo. Niklas hat einen 24er-Score. Was heißt selbst Niklas? Also... Bitte. Ich meine, wenn Reaper minus 5er-Score, dann ist das schon sehr beträchtlich. Das klingt jetzt nicht gerade sehr hochlobend. Ne, es war jetzt nicht böse gemeint, aber ich meine ja nur... Ja, ja, ja. Hahahaha. Jetzt geht's los. Hey, hey. Ich wurde angeschossen, ich wurde angeschossen. Von wem? Keine Ahnung. Es war irgendeine Trailerwaffe auf jeden Fall, weil ich hab'n roten Laser gesehen. Ähm, das hört sich... Es war, glaube ich, Newton-Loucher war's, glaube ich. Und ich denke, es ist... Nee, Virus. Scheiße Virus. Dann geh weg. Es ist Reaper mit Sicherheit, oder? Der nutzt den gern. Ja. Ich benutze den auch gerne. Okay, dann sag mal, wo du bist. Damit wir den... Ich meine... Ja, ja. Ich sehe übrigens deinen extra alten Pufen an, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, ich sterb eh. Also, ich muss mich von allen fernhalten am besten. Und deswegen bleib' ich jetzt hier oben auf der Yacht oben drauf. Und keiner kommt ins Obergeschoss. Ja, ja. Ich komm hoch und puschel mit dir. Nein, 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 nein. Ja, wirst du angesteckt. Dann wirst du auch sterben. Habe ich jetzt überhaupt nicht gesteckt. Ah, Reaper ist. Reaper ist. Okay, dann steck ich Reaper an. Ich hab' gehört, wo er ist. Ja, genau. Gute Idee. Da huste deine. Ja. Alternativ kannst du natürlich auch ein paar Tabletten nehmen. Ich bleib' beim Dete, der ist sicher. Bist du gerade eine Treppe runtergegangen, Exe? Ja, ich bin eine Treppe runtergegangen, weil ich ihn gehört hab. Also, weil ich den Schuss gehört hab. Nein, Cyber. Ich steck' jetzt gleich bestimmt jemanden an, aber es wird egal. Einen haben wir ja auf dem Radarquist. Ah, sorry, Cyber, ich muss dich anstecken. Du bist gar nicht anstecken. Ich will gar nicht anwusten. Ah! Was? Ich will gar nicht anwusten. Gleich aber. Oh, Alter, du Penner. Nimm doch einfach Schmerzmittel. Der ist eh wieder im Trader-Room. Ich bin auch angesteckt. Der ist im Trader-Room. Ich lauf' hier rum. Jetzt kannst du alle anstecken. Ich bin auch angesteckt. Ach, das ist Navo. Wir sind eh alle krank. Ach, das ist Navo. Wir sind eh alle krank. Ach, jetzt erst? Ja, das wissen wir. Was? Wann war... Wann war es dann krank, oder? Ne, ich bin gesund. Wie immer. Ja, dann halt dich von uns fern, Wann war. Wow! Das... Nö! Was? Scheiße, wo? Oh mein Gott! Ich hab' mich nicht mehr gesehen. Ist die Tür? Ich glaube, Exe und Navo sind tot. Oh. Was? Was? Oh Mann, dieses Husten, geh mir auf die Eier, Mann. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich brauch' mal kurz Mathematik. Äh... Eine Leiche. Einer. Exe und Navo sind... Hä? Johanni, lebst noch? Hallo, Johanni? Ich schließ' auf jeden, glaub' ich. Was? Fast richtig. Ja, außer auf Cyber. Totes Entstechen! Was, Cyber? Äh, Weeper ist... Er ist tot. Aber das weiß ich jetzt erst. Ach, auch, gut, dass du's auch gelesen hast. Ah! Johanni! Huch! Alter, das kann nicht mehr wahr sein jetzt! Die Runde hat's so gut angefangen. Zweimal hättest du Johanni nicht konfirm... Äh, hättest du Rima nicht konfirm... Ich muss den Krämmens ausnehmen, die krieg' ich nicht sonst da raus. Alträger. 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 Äh, Johanni, ja? Weißt du, dass ich zum Ersten mache, wenn man Alträger aufrücken kann? Sagt mir leid, war's mein Fuss-Target. Vielen Dank für den Beguild-Tipp-T. Und wer hat mir noch nie gesagt, dass ich hier einen Alträger noch einen Krämmen rausnehme? Das war mein erstes Ziel, ich musste annehmen. Ja, das weiß ich doch nicht. Wo soll ich denn das wissen, Mann? Indem du's selbst draus findest, daher weißt du's. Es steht, es steht, glaub ich, irgendwo, wenn du, äh... Würde, glaub ich, jetzt... Halleluja! Ja, es steht da, dann die Waffe an. Und da steht's dann immer irgendwo. Ja, da steht's, Search Coverly. Nee, nee, wenn du die Leiche anguckst, dann steht es da auch. Dass du mit Alträger. Hm, nom, nom, nom. Ja, nom, 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 nom. Okay, der Date hat sich ne Healthball gekauft. Nein, hab ich nicht. Ich hab'n Fade. Der Date hat einfach nur nen Keks gegessen. das kann natürlich auch sein. Ja, Fade. Das kann natürlich auch sein. flow deine Traitor, xcm Bloody Knives sind unnütz für die Traitor, der Xe él... Der Dieter kann nicht gekillt werden, er hat 200 Live. vast traitor. Nein, ich brüche ab! Aixe, ist dein Karma. Komm, Johanni, hol den Bloody Knives und gegf dich ab. Karma, 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 Karma. Wo bist du? Ich bin oben im Obergeschaut Fängt auch noch an zu singen Jetzt bin ich der zweite wo die Waffen sind Oh hier sind Erdnüsse Boah jetzt Erdnüsse Wo die Waffen draußen sind Wo der Aufzug rauskommt Gesalzt oder Geröstete Ne die sind noch mit Schade Boah ne das ist eh nicht so geil Hier ist Reaper Reaper ist es Hast du? Ne hast du nicht Reaper? Ne ne leider nicht Geht bei dir Reaper Reaper du hast Nächstes umgebracht oder? Alter wer schießt denn hier auf mich? Ja ja gar nicht hier So nicht Ich hab nur noch 9 life Ich hab meinen Tod gefakt Du musst doch nicht gar nicht auf mich ballern Huch Das hat man sogar gesehen warte Ja und jetzt Äh jawohl Da hängt da die andere nicht durch Da Denkst ja trotzdem Reaper ist es aber Johann hat auf ihn ballern Also nicht auf ihn ballern Johann hat zuerst geschossen Weißt du was ich mich gerade frage? Ist voll die Luxusjagd Kleine Pool Aber kein Pool Wer hat dann mehr? Dafür wird er bestraft Ja das ist voll das Billigste Gegen den Post Gegen den Post Hä was? Klar ist ein Pool Hinten bei den Waffen ist noch ein Pool Echt das ein Pool? Das ist ein Pool Das ist doch dieser kleine Pool da Ja gut dann zeig ich nichts Einmal hier durch die Absperrung durch Gut vorne bei den Waffen Aber da ist ein Pool Oder? Weiß nicht ist da Wasser drin? Ähm Ja das ist ein Pool Hinten ist auch ein Pool Da ist mit Plane drüber Das ist ein Plane Voll die verarsche Ich bin enttäuscht Nee da willst du mich runterschubsen? Nö Na hau ab Du riefst enttäuscht von dem Krium Warten mal warten mal warten im Nein ich hängte befest Minutes im mittelstock bei im bett ich wollte es aber nicht dass es alle wissen deswegen das ist der vorteil für die trader wenn sie es wissen ja und und auch als inno kann man traiter sein mein ping ist besser was passiert komische dinge verstanden die taschenlampe sieht man durch die fensterechse ich nutze den deadwinger eh nicht in letzter zeit hat den deadwinger? hat den deadwinger? hat den deadwinger? hat den deadwinger? ja klar ja irgendwann mal dem traue ich nicht dir auch nicht johanni ja ich ein abo ich verstehe gar nicht was das hat das war dramatisch auch so ja da hättest du nur noch nebel gefehlt jetzt oh den können wir machen wo du es gerade sagst gibt es hier überhaupt granaten auf der karte ja ja ich hab nennt sie übrigens ich hab nennt sie ich hab nennt sie gratis 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 wo ich hinlaufe ja ich suche nach nach meinem ziel hä den hat ripper gerade umgebracht so johanni so ach das nein johanni ja dann schauen wir mal nach ripper ne ach jetzt ist keiner von uns in Fahrstuhl johanni ja ja ich wollte dir gerade in Fahrstuhl warum bist du auch raus ey johanni tötet dich hier gleich mit nem bloody knife was seine Hand hat ja klar ist hier leute tötet ihr reaper wenn ihr ihn seht oh da ist eckse 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 ist jemand dadurch gestorben jetzt? also ich nicht und das obwohl du mich vorher auf 36 life geschossen hast wer lebt noch? ich leb noch ich bin nicht allein 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 ja ich bin ja auch noch ey schießt hier mal also ne hier hat grad jemand nachgeladen da hat grad jemand versucht mit mich zu schießen oh ja das hört sich auch gut an oh oh ey die Tür geht nicht auf ja das soll die Tür nicht aufgehen Herr Detektiv wo sind sie? er ist bei mir er ist bei mir äh ich meine ah ey what the fuck alter alter ah nix Niklas wirklich nix zwei Schüsse oder was oooh nice oooh oooh das ging oh mein gawd oh mein gawd alter alter man leu oh man leu schaabe vermutlich letzte runde übrigens jetzt dann alter ja die cooleste eckse was war das wieder schön zwei diga headshots in folge ihr standet in einer reihe haben wir euch beiden diga headshots greckte mit einem scheiß aimbot wieder so ihr standet so also ihr standet so dort dass ich euch beiden eigentlich ja wir standen direkt hintereinander da musste er nur ja klar gerade ausziehen du standest nicht direkt hinter ihm ex ich hab doch nicht geschossen weil ich nicht für den reefer gehalten habe weil ich nicht den Namen lesen konnte du hast wirklich ausgeflex dich umgedreht und mir direkt zwei headshots mit der äh mit der mit der P90 reingedrückt alter ja ich war instant tot ich konnte nix mehr mal alter Schwede damit hab ich überhaupt nicht gerechnet ich hab nur gesehen aus dem P90 ja die ist schon geil wir machen die weg ja vor allem in den Lacken Shots ja nicht mehr was für ein Headshot ich glaub der erste war ein Headshot und hab mir irgendwie 90 Damage gemacht oder so der zweite war dann Body Shots ja oh du hast so drei Tapper gegeben das kann auch sein wir sind schon in der nächsten Runde Exe die alte ist vorbei hä haben wir nicht gesagt jetzt kommt die letzte Runde hast du grad die nein wieder an den Exe was nein es geht um die Runde die wir gerade spielen es ist vorbei in der letzten Runde meine Güte warst du vorbei in der letzte Runde er kapiert es nicht die letzte Runde ist jetzt du sollst auch immer die letzte Runde zu reden du sollst auch immer die letzte Runde zu diskutieren ach du komm mal mach die mal eine Güte lass ein er ist nicht so schnell von Begriff ich krieg's nicht ein hier ich war keine Diskussion er ist komplett schnell von Begriff der Typ ey ja plasma nach oben huuuu wann war es Trader ja bin ich ey wenn die uns jetzt so runtergefakt hätte das wäre schon lustig Niklas will mich töten 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 eigentlich will ich Töten Nikes will ich Töten Töten äh an die Töten 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 hätte ich ein anderer weiter jemanden erschießen können denn nicht sein Target hat Töten 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 Ja, alle, alle, die confirmed sind, sind tot. Ja. Also, das sowieso, aber. Ob mir ein Wanwar entgegen? War zu mal. Johanny ist hier noch. Nee, 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 nee. Mit dem war bis jetzt nichts. Also, ich bin confirmed, Eno. Ja, ich bin... Kein Tracer. Confirmed Tracer. Achso, was ist denn die Alper? So, ich hab' ich vergessen. Nee? Ich laufe da gerade so rüber, ne, und denkst so, oh fuck, jetzt bin ich in Wasser, aber geht ja gar nicht. Wann war? Ich wollte dich so runterschupsen gerade. Das war zu verführerisch. Boah, komm ich da jetzt nicht rüber. Also, Johanny hat gerade einmal in meine Richtung geschossen. Niklas hat einmal in mein Gesicht geschossen. Ich hab' gar nicht geschossen. Wart mal, ich nehme die Waffe fest, schau sie dir an. Ich glaub's dir auch so. Ja, ich würd... Bin ich exaktiviert. Was denn hier passiert, ähm... Der schafft darüber immer so ne... Achso, das ist, äh... Der Mann. Ja, wann war... Wieso hast du wieder von das Leben gemacht, ne? Ähm... Ich seh' nix. Oh, das fühlt sich geil an zu mir. Ich weiß nicht, voll geil, das heißt wieder nichts. Jawoll. Jawoll. Und auch von das Leben. Gut, ich würd sagen, tschau, bis zur nächsten Mal und tschüss. Servus. Tschüss. 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 Tschüss.